Sniper von gegenüber, oder? Wo ist die Kiste, Carsten? Was war das? Hätte sich alle, als würde so ein Hyperion-Penner versuchen, mich auszuquetschen. So hat es sich doch angehört, oder, Bruder? Ja, voll. Das ist Desmond. Desmond, ja. Oh, kleiner Vieh, kleines Vieh. Ich kriege das gar nicht mit, was die hier erzählen, weil ich immer am Kämpfen bin. Ja, du kannst dich auch nicht konzentrieren auf zwei Sachen. Das ist doch normal, geht mir genauso. Da oben liegt was, aber da liegen die Volleyballe. Volleyballe, ach so. Und die Volleyballe? Das liegt in Volleyball. Volleyball. Dafür die Dicke noch Volleyball spielen, ey. Hat sich eine super Sportart ausgesucht zum Abnehmen. Was schießt denn hier? Haben Volleyball gefunden. Schön. Drei müssen wir noch finden. Die sollen alle hier sein, oder was? Weiß ich nicht. Wir sollen doch jetzt irgendjemanden befreien. Wir switchen ja da und zwischen den Dingern. Ich komm nicht mehr klar. Ich bin raus. Ganz ehrlich jetzt. Im Grunde geht's bei Borderlands immer nur um eins. Alles abknallen, was sich bewegt. Was ist denn das mit denen? Oh. Dieser Kack-Goliath, ey. So, jetzt hole ich mir mal meine große Wuppe raus. Hier sind die Volleyballe. Und der random stirbt. Nein, nein, der lebt ja nicht mehr. Ich versuche euch hier vom Dach aus Feuerschutz zu geben. Alter, wie viel halten die denn aus? Was ist denn? Halt die Klappe, wir sind nicht tot. Boah, keine Munition mehr. Kacke. Ich kann niemandem mehr helfen. Hat noch jemand Volleyballe gefunden? Ich hab leider irgendwas gefunden. Ich hab zwei Wochen mehr noch. Und eine Benzin-Kanisse. Ich hab hier ein bisschen Aua, aber... Ah, Alter. Alter, du hast nur ein bisschen Aua, aber der macht sich so einen Stress, oder was? Ja. Frauen. Was dagegen? Ja. Wir haben alle ein bisschen Aua. Ich hab mir die Klappe gefunden. Meine Aua ist jetzt gerade ein bisschen kleiner geworden. Ey, ich find keine scheiß Volleyballe mehr. Hier oben. Wir sind meistens irgendwo oben auf den Dächern. Ja, ich lauf überall oben rum. Ihr müsst hier komplett mal das Camp durch. Hier oben ist mehrfach... Hier waren wir schon mal so drin. Zum Spaß. Bingering, ding, schning. Leitjan macht immer Ding. Ding, ding. Das ist ein Ding. Deswegen deckst du bei uns auch so. Ich häcke alles. Ich muss mir bald einen neuen Steam Key kaufen. Hast du da schon? Ja, noch einen. Ist da eigentlich ein Flatrate? Eine Steam Flatrate... Eine Keyrate habe ich. Keyrate. Ach, ist hier drunter oder was? Ach Mist, ey. Wie blöd kann man sein, ey. Wie blöd kann man eigentlich sein, ey. Wie kann ein Mensch das erzahlen? Oh. Hallo. Alter, wieso müssen denn alle Waffen nachladen, die ich jetzt hier? Das gibt's doch gar nicht. Ja, das ist ein Problem, ne? Wenn man das nie in der Kontrolle hat. In den Kopf bin ich. Alter, wie viel da immer rauskommen. Da hätte liegt noch ein Volleyball. Ich will einen finden, ich will einen finden, ich will einen finden. Ne, doch nicht. Ist das nicht auch eine Stimme von Simpsons? Das ganze Spiel ist von dem Macher von den Simpsons. Ach so. Also Simpsons ist von Gearbox? Ja, also von Matt... Matt... Coon Magic. Matt... Matt... Coon Magic. Scheiße, wir kommen hier nicht rein. Was ist los? Was? Boah, geht mir nicht auf den Sack, ihr Scheißkopter. Wo sind sie? Nee, ich glaube, da ist ein Zwiebel, Alter, ey. Ja, nur so Medi sind die gar nicht hier. Die sind eher Anti-Medi. Und die kommen auch nicht wirklich runter, diese Arsch-Orsch-Geigen. Stirb, 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 stirb. Ein bisschen vorhalten ist immer schön hier. Ein Wallabag gibt's hier noch. Wo soll der sein? Wallabag! Mit da unten. Hüpfen hier und da. Ach da. Über ist er. Kaut! Wow, 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 wow. Wow, wow, wow. Tschüss, ey, der kann sich gar nicht erst verwandeln. Das Ding, der macht. Wie diese Scheiß-Goliath-Nerven. Boah, hier ist alles am kaputt gehen. Boah, hier ist alles am kaputt gehen. Komm, lad nach. So, was überschüttet das Netz mit Benzin? Was für ein Netz? Voll über ein Netz. Das war nur Blödsinn. Ja, ne? Schieße. Ich renne, ich schieße, ich lade nach, ich drücke W. Das tut niemandem weh. Ich glaube, wir könnten auch bei The Voice mitmachen. Möchte ich gar nicht. Das ist doch eine Scheiß-Sendung. Ich will Ufarin, das ist jetzt weg, das ist ganz okay. Guckst du das, oder was? Nein. Oh Gott. Ist unsere Karre kaputt gegangen? Ja, hier ist auf jeden Fall noch ein Sniper. Ein Sniper, ja. Wie, was für ein Sniper? Der ist Werk-Goliath. In der Kiste ist noch ein Sniper dran. Was für eine Kiste? Was für eine Kiste? Alter, guck mal, dieses kleine Viech. Der geht aber echt voll böse. Was hast du denn für eine Waffe? So ein blauer Strahl. Das sind die Elektro. Kenn ich nicht. Fack mal, Bärbel. Bärbel Schäfer? Nee. Bärbel, Klaus Dieter. Soll ich auf euch warten? Nein. Wir sind noch kurz, wenn euch da noch zum Kommen dann bei. Warte auf euch. Guck mal, wie geht das gelaufen ist? Wo war der Sniper? Hier hinten. Gerade Ausfolge mir. Ach, hier kommen wir nicht raus. Hier. Hier lang. Und dann da oben hoch. Soll wir dann mal zusammen hochgehen, dann traust du dich das alleine. Ich geh nach. Wir geh nach zusammen. Nee, zusammen. Hier, schau mal. Jetzt springen wir nicht einfach. Danke. Ach, guck mal, hier ist noch eine... Granate. Brauchst du noch eine Granate? Nö. Hier ist das sowieso nicht, ne? Ich hab Sex. Du bist doch schon eine Granate, wolltest du damit sagen. Nein, ich hab sechs Granaten. Oh, cool. Soll ich? Nein. Do it. Achtung. Halt jemand eine Feuerwaffe? Mann ohne Hemd. Sollen wir den töten? Ja, Mann ohne Hemd, ey. Ach, der händlose Typ war nur, ja. Ach, Mann, das ist so traurig. Der wurde aus der Volleyball-Mannschaft rausgeschmissen. Und die sind viel sexier als er, so ohne Hemd. Ja. Da sind die auch die Volleyball-Profi. Die spielen immer ohne Hemd. Oh, oh. Was schießt hier denn noch? Ach, Mann ohne Hemd. Mann ohne Hemd. Danke. Bitte. Abschluss. Eingedost haben wir die. Aber wieso halt... So, jetzt muss ich erstmal Skillpunkte geben. Hier ist noch ein Dings, äh... Das ist ein Mod. Wer ist das denn? Was macht der? Drogen. Was macht der? Ladegeschwindigkeit und Schildkapazität. Hm, guck ich mir an. Mach schon mal eine Karre. Hm, plus 25 Prozent. Hm. Soll ich auf Team-Schild-Ladegeschwindigkeit setzen, oder... Lieber, was wollt ihr? Oder was denn? Oder für mich auf... Ladegeschwindigkeit nur für mich. Geil. Nur für mich natürlich. Geil. Geil, ne lila Karre. Neon lila. Geil. Wo habt ihr hier her? Hey, hat nicht geklappt. Wer hat die denn gemacht? Dreimal darfst du raten. Wer macht das Navi? Ich nicht. Ich hab auch... Geradeaus. Da ist Alice schon. Gerade bin ich auch gefahren und hab navigiert. Fahrn und navigieren, das kann nur einer. Und das ist Alice. Bleib stehen, Loggins, Bobbins. Mary Poppins. Ja, ich möchte mit dir reden. Oh cool, ey. Wir können das oder das hier. Und die lieben sich. Ich werde mich nicht für das entschuldigen, was ich gesagt habe, aber es ist nicht sicher da draußen. Beide dieser verblödernden Familien glauben, dass die andere diesen Clan-Krieg begonnen hat. Aber keiner von ihnen weiß, dass der Krieg eigentlich aufgrund eines großen Missverständnisses... Können wir hinten mal ein Auto machen? Warte, ich muss auch noch kaufen. Wir machen mal ein Auto. Bevor wir jetzt ein Auto machen, würde ich sagen, wir legen eine kleine Pause ein. Und nach Sanctuary zurück. Oder noch nach Sanctuary, genau. Dann lass doch schnell reisen. Ja. Glaub mir, Süße. Komm mir auch, Süße. Die Leitern sind in einem Menü, dann geht das natürlich nicht. Dann ist das deine Entscheidungen. Gerade warst du auch in dem Menü. Ich war im Reisemenü. Ich auch. Ach, das ist cool. Wir wollten jetzt zusammen die Reise initialisieren. Wir sind so Bros. Cool, ey. Bro-Reise. Ey, lass mal eine Bro-Reise machen. Bro-Reise. Die nähen mir die Super-Homies. Komm, wir beenden diese Aufnahmesession wieder bei Moxies. Wenn wir guten Abend bei Moxies. Ich kaufe jetzt erstmal eine Dings hier mit meinem Meridium. Das muss auch loswerden. Ach, erstmal eine Runde zockt wieder. Ich habe schon Entzugserscheinungen gehabt. Iridium, Iridium, Iridium. Oh. So. Ich sage danke fürs Zusehen, ihr Lieben. Und, ähm... Was denn? Nimm doch. Das ist neu war. Wo war ich stehen geblieben? Danke fürs Zusehen. Moment. Und schaltet wieder ein. Wir machen jetzt noch nicht Schluss. Ich will nur eine Runde spielen. Ja, du kannst ja wohl besser dich verabschieden. So. Jetzt spiele ich. Ey, du willst hier spielen oder was? Das ist mein Automat. Ich habe nichts gewonnen. Wir können Schluss machen. Ich bin weg. Tschüss. Gut. Mach das besser. Tschüss, Sikowski. Was?